Leute, 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 es gibt ein neues Free Limited! Äh, ne, äh, gratis, äh, you cheat, nein, hä, wie ging das nochmal? Free Item heißt das, ja! Nach all den Jahren gibt es endlich wieder ein Free Item, das man sich einfach so claimen kann. Man kann aber auf die Seite gehen, Link wie immer in der Videobeschreibung, ihr könnt auf Kaufen klicken und habt ein neues Free Item. So einfach geht das. Mensch, nach all den Jahren endlich mal wieder eins, was null Robux kostet. So, reicht jetzt auch wieder, ciao!